Hey Leute, ich möchte dieses Video jetzt nutzen, um mich bei allen zu bedanken, die mich in letzter Zeit so wirklich großartig unterstützt haben. Also vielen, vielen, vielen Dank an euch und im Hintergrund könnt ihr jetzt die Namen lesen, die mich besonders noch finanziell unterstützt haben. Da möchte ich jetzt nochmal einen ganz besonderen Dank an Diamant oder Diamant aussprechen. Ich weiß leider nicht genau, wie dein Name betont wird, aber vielen, vielen Dank an dich und vielen, vielen Dank an euch alle. Also für die, die es nicht wissen, ich hatte diesen Monat extreme Ausgaben für meinen Computer gehabt. Ich habe aufgerüstet, ich habe umgerüstet, auch so studiomäßig habe ich jetzt ein bisschen weiter ausgebaut. Das bedeutet mittlerweile, ich habe einen doch schon guten Computer, ich habe einen Greenscreen und ich habe mir jetzt gestern noch richtige Scheinwerfer bestellt, damit ich auch den Greenscreen optimal nutzen kann. Das bedeutet, die Ausgaben waren nicht gerade niedrig, aber auch gerade wegen der ganzen finanziellen Unterstützung, die ich hier bekommen habe, war das möglich. Und deshalb möchte ich mich unglaublich bei euch allen bedanken. Also vielen, vielen Dank an euch, die ihr hier im Hintergrund steht. Aber auch vielen, vielen Dank an alle, die die ganze Zeit so fleißig meine Videos schauen, die bei den Livestreams vorbeischauen, die mich in irgendeiner Art und Weise unterstützen oder einfach nur unter meine Videos kommentieren. Und ich sage mal, irgendwelche Kommentare dalassen, Anreize dalassen, Verbesserungsvorschläge dalassen. Also ihr seid wirklich alle eine unglaubliche Unterstützung und vielen, vielen Dank an euch alle. Gut, kommen wir jetzt zur nächsten Sache. Was steht in nächster Zeit noch so an? Also ich habe vor, noch für meinen Clan zu rekrutieren. Das bedeutet, falls ihr noch einen Clan sucht, unter jedem Video seht ihr in der Infobox den Link zu meinem aktuellen Clan-Rekrutierungsvideo. Da könntet ihr dann wirklich mal vorbeischauen, beziehungsweise das solltet ihr euch anschauen. Da seht ihr dann, wie ihr in den Clan reinkommt. Dann habe ich vor, in nächster Zeit noch mehr Frame-Guides zu machen. Ich habe vor, Arcwing-Guides zu machen, Arcwing-Waffen-Guides zu machen. Und mein Community-Discord wird von mir noch überarbeitet. Da bin ich schon die ganze Zeit stark dahinter. Dann habe ich vor, meine Channels nochmal zu überarbeiten. Das sieht man an der einen oder anderen Stelle. Aber es ist wirklich schwierig, einen Designer zu finden, der mir ein schönes Logo, Intro, Banner, alles macht. Also das wird noch eine Weile dauern, aber das ist halt eben auch noch auf der Agenda. Was habe ich sonst noch vor? Ich habe vor, noch ein paar Hilfs-Guides für euch zu machen. Sowas wie, wo fahre mich Endo und so weiter. Ich habe... Ah, das war es eigentlich so guide-technisch, was ich jetzt direkt vorhabe. Aber es gibt halt noch ein paar andere Kleinigkeiten. Zum Beispiel, um euch auf dem aktuellen Stand zu halten. Ich habe es jetzt endlich geschafft, wieder alle Nahkampf-Waffen fertig zu formern. Also für die, die es nicht wussten. Ich musste 46 Waffen neu formern, wegen dem Umbra-Grid-Mod. Aber zu diesen Waffen wird es keine neuen Bild-Videos bzw. Guides geben. Das hat den ganz einfachen Grund, wir haben bald Mili... Was heißt bald? Es ist Mili 3.0 angekündigt. Es nimmt mittlerweile richtige Formen an. Und ich sehe keinen Grund dazu, jetzt nochmal neue Mili-Guides zu machen, wenn ich weiß, die Dinger werden bald eh über den Haufen geschmissen und wahrscheinlich komplett unbrauchbar werden. Das bedeutet, wenn irgendeine neue Waffe rauskommt, wird es natürlich dazu noch ein Video geben. Aber zu meinen alten Waffen werde ich da jetzt erstmal keine neuen Videos machen. Wenn wir gerade schon von den Mili-Waffen reden, ich habe es geschafft, bei der letzten Mili-Waffe mein letztes Former zu verbrauchen. Ihr habt es nicht für möglich gehalten, weil ich Anfang des Jahres noch 700 Formers hatte. Und ja, ich wollte euch einfach nur mal gerade sagen bzw. zeigen, wie viele Formers ich pro Jahr verbrauche. Falls ihr... Also das ist jetzt keine Forderung oder so. Aber falls ihr noch ein bisschen Platin überhabt und mich unterstützen wollt, in meiner Wishlist in Warframe ist dieses Former-Paket mit drei Former drin. Das kostet unwesentlich mehr als ein Former, aber lohnt sich halt eben unglaublich. Das heißt, wenn ihr noch was übrig habt und mich auch unterstützen wollt, ich freue mich wirklich über alles. Ihr müsst mir überhaupt nichts geben, aber falls ihr mich unterstützen wollt, das wäre eine unglaubliche Hilfe. Also wie gesagt, ich brauche pro Jahr hunderte von Formers. Ich investiere da auch mein eigenes Platin rein, das ist ja kein Ding. Nur falls ihr mich auch noch unterstützen wollt, das wäre halt eben eine unglaubliche Hilfe und würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten denke ich, habe ich jetzt eigentlich grob alles erwähnt. Ich habe gesagt, was ich in nächster Zeit noch so vorhabe, dass ich für den Clan suche, habe mich bei allen bedankt. Und von daher möchte ich jetzt zum Schluss mich nochmal bei allen bedanken, weil wie gesagt, eure Unterstützung bedeutet mir viel. Eure Unterstützung hilft mir unglaublich. Also vielen, vielen Dank an alle, die mich bei Patreon unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die mich auf Twitch unterstützt haben. Nochmal ein ganz großes Danke an Diamant. Und ich bedanke mich bei allen, die einfach meine Videos schauen, sich hier beteiligen, Teil meiner Community sind. Und alles in allem, ihr seid eine klasse Community. Ich arbeite super gerne mit euch, beziehungsweise für euch. Und es macht mir unglaublich Spaß, euch eure Videos und Builds zu machen und euch was zu geben, mit dem ihr was anfangen könnt, beziehungsweise auch was euch hilft. Also alles in allem, vielen, vielen, vielen Dank. Es ist wirklich unglaublich schön, mit euch zu arbeiten. Und ich hoffe, dass ihr auch in Zukunft noch weiterhin so fleißig vorbeischaut. Und ich sage jetzt einfach, bis zum nächsten Mal.